Willkommen Leute zu einer weiteren Dummschwätzer-Folge. Es wurde, äh, Counter-Strike-Source gewünscht. Deathmatch. Schaut euch diese Fülle an Servern an. Äh, was? Moment, hey. Oh, ob ich da einen Deathmatch-Server finde? Da ist schon einer dabei. Ja gut, aber auf den ganzen Franzosen-Servern will ich auch nicht unbedingt spielen. Hier spielen wir. Also die, ähm, der Wunsch war es, dass ich einfach Deathmatch mach bis 100. Bis ich 100 Kills hab. Äh. Also, ja, sind wir nur in einer Minute durch. Komm, mach zwei draus. Oh, 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 oh. War das etwa ein Fehler? Well, hello. Scheiße. Ja, Weapons holen wir natürlich nicht. Oh Gott, ja. Surfen will gelernt sein. Hey. Da kamen gerade eben irgendwelche Kong-Star-Werbung oder so. Wir haben wieder sehr viele Server hier. Wir haben hier den Oldie-Server und dann gar keine mehr. Wow. Wenn das schon so anfängt. Ich muss doch direkt, ich, das Dumme muss doch raus. Sofort. Ja, AWP und Deagle sollten doch vollkommen ausreichen. Double Kill. Arsch, Kurken, Kartoffelkind. So. So. Achtung von hinten. Hallo. Wuhu. Alter. Fuh, das Pisch, glaube ich. Na ja. Na ja. Nur noch 98 Kills. Ja, bis er gleich. Ja, bis er gleich. Hey. Wuhu. Renade, Renade. Boo. Ach, lächerlich. Sind das Bots oder was? Da sind doch ein paar Bots dabei. Das hab ich doch direkt jetzt mit einem Auge gesehen. Oh, hallo. Okay, so kann man auch, man kann auch mal Glück haben. So, okay. Ja, läuft, läuft. Ich bin auf einer Rampage. Anony around. Da-dam. Da-da-da-dam. Uff. Da-da-dam. Da-da-dam. Bam, bam, da-dam. Oh, fuck. Hallo. Na, na, na. Hallo? Oh, hallo. Oh, ho, ho, ho. Hier geht ne da. Hallo. Ah. Auf ein neues. Hallo. Ha, ha, ha. Scheiße. Geklaut. Was? So. Da-da-da-da-da-da-da. Ich kann, ich kann gerade gar nicht. Ich kann, ähm, das ist scheiße. Das ist, mir dürfen keine Ziele gesetzt sein. Sonst bin ich... So, Ragequid, das war's jetzt. He, 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 he. Ich hab ihn nicht getroffen. Ich hab ihn nicht gefickt. Ah, ha, ha, ha. Zwei sogar. So, 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 so. So, weggepimmelt. Ja, ganz hart. Ich weiß, aber so ist es halt manchmal, wenn man einfach immer nur da steht und sich die Piecharts hier anguckt. Das geht nicht anders. Ah. Ich hätte diesen Aktenschrank nun vernichten, denn ich bin ein Aktenvernichter. So, wenn der nicht hart war. Ah, ha, ha, ha. Ich will im Sprung jetzt einen pimmeln. Jetzt. Anzoomend. Achtung. Ah, ha, ha. Ach, komm. Okay, ich mach nie wieder so Spiele rein. Jetzt wird gepimmelt. Oh, bis, bis der... Komm her. Ach, ach. 14,6. Also jetzt bin ich aber schon fast beleidigt. Also es ist echt etwas heiß hier vorne. Die Mates, man merkt gerade, die lassen etwas nach. Aber wenn ich dann da vorne halbnackt alleine stehe, ist es ganz schlecht. Dann schon ganz nackt, ja. Aber die zwei da hinten noch hart gepimmelt. Habt ihr gesehen? Die sind schon noch schön gefallen. Naja. So. Muss ja auch mal durchgreifen hier, ne? Aua, 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 aua. Verdammt nochmal. Musst es sein. Mit euch Kack-Kack-Nasen. Also merkt auf jeden Fall, ich war halt früher immer, wenn wir in der ESL gespielt haben, war ich... Oh Gott. War ich der AWP-Mensch? Oder oft war ich oft der AWP-Mensch? Weil es AW... Ich finde, AWW ist immer vor allem halt dann, wenn man richtig gespielt, also richtig spielt, Counter-Strike, finde ich es immer eklig. Man guckt und dann weiß man genau, da kommt einer um die Ecke. Also vermutlich auch ein AWPler. Und dann ist es echt so... Ah, ich muss ihn pimmeln. Dann muss man dann ganz schnell drücken, sonst geht es in die Hose. Also, das hat sich jetzt behindert angehört. Wenn man zu schnell... Wenn man zu viel drückt kann... Oh, oh, hallo. Okay, ja, wenn man dann... Es war schon immer geil, also ich würde echt gerne mal wieder ein paar ESL-Matches machen. Es wäre edel irgendwie, es wäre echt eine edle Geschichte. Aber jetzt macht ja keiner mit, wisch, die wollen ja alle... Was weiß ich wohl, Spiele, oder? Mensch, LOL und Dota, was war der Scheiß? Wo sind die richtigen Spiele, Männer? Mensch, Barbie-Reitspiel und sowas? Kann man auch mal, kann man auch andermal machen. Ich hätte gerne mal wieder so ein richtiges Team, noch vier Leute. Und dann mal richtig abgehen, eskalieren, die ESL-Rei... Rocken, ja? Ein paar Spiele machen. Aber... Ich meine, klar kriegt man am Anfang hart auf die Fresse. Aber was soll's? Ja, man muss natürlich auch ein bisschen, ein bisschen sich umgucken. Meine Herren. Na, 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 na. Oh! Oh, Captain Einsicht. Tja, Captain Einsicht, da hätte man aber auch, oder? Hätte ich nicht gekillt werden wollen, hätte ich nicht einzoomen sollen. Ja, stimmt das? Bei der Entfernung. Oh, 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 oh. Ihr kleinen Sacknasen, dich hab ich schon mal gesehen und dich hab ich auch gesehen. Wart mal ab, bis dein Köpfchen gleich platzt. Und zwar durch meine Granate. Macht nie Double Zoom. Double Zoom ist schlecht. Double Zoom ist schlecht für die Gesundheit. Wow. Der Autosnipe pimmelt da da rum. Ekelhaft. Ekelhaft ist das, wirklich. Autosnipe ist eine ganz ekelhafte Sache. Oh, scheiße. Mit 6 AP im Gang. Ist natürlich so wie mit, äh, ohne Ofenhandschuhe in den Ofen reinlang. Ja, ja. Ah, ist ganz unangenehm. Ganz unangenehm. Aber es geht. Ja. Ja, 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 ja. Oh, scheiße. Die war natürlich schön. Also ich meine, die wollte ich jetzt ja auch fangen. Hat man ja auch gesehen, ne? Die wollte ich einfach haben. Also Captain Einsicht. Captain Einsicht gefällt mir. Der spielt ganz gut, wirklich. Ja, Captain Einsicht gefällt mir. Captain Einsicht wäre jemand für den ESL-Squad. Das wäre geil. Bam. Ach, komm. Muss ich nur wieder ran. Muss ich nur wieder ran. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Depp denkt sich, fuck, wenn ich jetzt hinkomme. Komme ich auf die Fresse. So wie ich jetzt. Achtung. Doch, ne. Zum Glück war da keiner. Jetzt kommt da wieder einer, gell? Ah, jo. Oh. Mit dem Sprung habe ich natürlich nicht gerechnet. Ja. Oh, einen schönen Double-Pimmel-Kill. Äh, Double-Kill. Oh, oh. Captain Einsicht steht an der Kante. Na, darauf freue ich mich schon auf dieses Intermezzo. Ja. So, Captain Einsicht ist gepimmelt. Meine Arbeit ist getan hier an dieser Ecke. Oh, Männer. Was ist denn hier los? Ja, wenn man YOLO-Swag heißt, hat man den Tod einfach schon verdient. Man muss, man muss sofort sterben, wenn man spawnt. Boom. Und jedes Mal muss eine Nachricht kommen einfach. So was wie, ah ja, das war nur ein Fehler vom Spiel. Mach einfach nochmal. Und dann wieder. Und wieder. Und wieder. Immer wieder. Hallo. Ah, mein Gott. Oh. Ne, Captain. Captain Einsicht. Captain. I can't get it there, Captain. Please help me, Captain. Ja, guckt euch an 2175. Wenn man YOLO-Swag ist ja, ist ja eigentlich für... Und wenn man so high ist, ist ja, ist natürlich schlecht, na. Da hat man nichts verdient. Gar nichts. Also außer bis auf den Tod halt. Captain Einsicht hingegen. Das ist ein Name. Da kann man auch mal schön, äh, äh, Kills reißen. Ja, hat er verdient. Hat er sich einfach verdient, weil er einen richtigen Namen hat. Dump doch mal. Dem, dem, dem. Der, 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 der. Pfff. Der, der, der. Ne, ne, ne. Äh, äh. Oh Gott. Und dann sind noch zwei in den Offices drin. In den Office Facilities. Hat schon nochmal schön in die Fresse bekommen erst mal. Ja. Ja. Jetzt römm ich hier mit allen Saftsäcken Kartoffel auf. Ja. Schlank mal jetzt nämlich. Schlank mal jetzt. Captain Einsicht. Oh. Rampage. Dam, da, dam. Da, 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 da. Da, da, da. Z. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Hello? Da ist doch jemand hier. Hu, hu. Alter, ihr müsst euch jetzt vor mich stellen. Seite, Arschnase. Wie kann man sich nur vor die Leute stellen? Hey. Ich mein, gut, das mach ich auch. Ich darf's ja. Ich bin ja der AWPler. Aber man kann sich nicht vor den AWPler stellen. Erst mal was trinken. Ah, ah, ah. So. Hey. Ich will grad sagen, flieg schön weg, mein Fläschchen. Na ja, das haben wir schon gleich geschafft. Nicht damit gerechnet, dass ich, äh, ja. Dass ich was treff, wisch? Dann komm ich halt hin. Ja, 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 ja. Das sind die Schweinepriester. Die haben, ähm, die haben es verdient, zu sterben. Weg. Soll ich einfach hierbleiben und die jetzt abfangen? Die Köpfe. Ich bin auf Köpfe abfangen, Patrouille. Ist natürlich ganz uncool, wenn er da hinten rumspringt. Ich konzentriere mich auf die vordere Köpfe. Ist ja klar, hisch. Und dann so, also, äh. Wir werden überrannt. Geil. Endlich mal ein bisschen Action hier. Vielleicht nehme ich noch kurz P90 aufs Ende hin. Ne. Fasssehen, bitte. Es kommt davon, wenn man sich nicht vorsieht. Ich hab extra vorsehen, bitte gesagt. Aber auf mich hört ja keiner. Männer, Männer. Nicht vor den AWP da laufen. War dann wieder Jolo-Swag vor mir so ein bisschen. Hab ich das richtig gesehen? Er hat jetzt nicht mein View geblockt oder so. Aber er ist mir durchs Fadenkreuz gelaufen. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Wie die, wie die Dummigkeit ihn durchfällt. Dummigkeit. Dummigkeit. Was sehen, bitte? Das muss ich rausschneiden. Gott, muss ich das rausschneiden. Denn ich beschimpfe mich gerade aufs Übelste. Okay. P90 war eine schlechte Idee. Ich sehe es ein. Ja, ich sehe es ein. So. Das muss ich mich echt beeilen hier. Ich muss das gleich noch fertig schneiden. Ich hab gerade mir Platz gleich der Kopf. Ich hab so harte Kopfschmerzen. Unangenehm. Sehr unangenehm. Aber ja. Getroffen wird noch nice und tight und... Och, Beton King. Äh, Freestyler. Konntest du dich mit Beton King vielleicht auch mal eine Kugel futtern? Bitte, Jimmy. Und in dieser Sekunde wusste Killer, dass er gefickt ist. Oh oh. Oh oh oh. Migräne kann doch nicht einfach so kommen, oder? Also ich meine, man hat 24 Jahre lang nichts und auf einmal dreht man Kopfweh nie, oder? Das ist lächerlich. That's ridiculous. Das ist bestimmt nur eingebildet gerade wegen meiner scheiß Prüfung und so. Rischlernerei. USB-Power. Ja, USB geht schon. Wenn man den Kopf dreht. Dominion. Eww. Äh. Klick, klick. Na. Naja, aber ich wollte ihm jetzt doch mit der USP wegpimmeln. Ich muss das einfach tun. Noch neun Kills, dann haben wir es auch schon geschafft. Aber gut. Ich meine, auf Office ist es natürlich, ne? Wenn es diese, diese... So eine Texture Map gewesen wäre, wo man von seinem Spawn so geht. Und zack, da sind schon die Feinde. Da hat man natürlich direkt die 100. Aber vielleicht ist gerade das ja auch irgendwie cooler. Ich weiß es nicht. Käpt'n Einsicht, ich weiß, wo du bist. Du bist so klein und hast dich nicht verpisst. Ich komm jetzt ran. Messer dich tot. Lalalalalala. Ergütze dich daran. Ich kack ne Banane in dein Ohr. Was? Na, Käpt'n Einsicht, du bist mir aber einer. Du kleiner. Du kleiner Stolch. So. Auf die letzten paar Kä... Oh, wir haben schon 100. Tja, Leute. Das hat Spaß gemacht. Der Rest ist Freestyle jetzt für euch hier. Boom. Und den nächsten. Nein, 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 Betonmensch. Du machst das Spiel jetzt nicht zu Ende hier. Okay. Ja. Das war's, Leute. Es hat Spaß gemacht, bis zu 100 zu machen. Äh, sagt einfach, was ich hier als Nächte spielen soll. Ich hab, äh, ich hab Spiele. Ich hab einige Spiele. Schlagt irgendwas vor. Gute Nacht. Ciao, ciao. Wuhu.